Loxus, hast du eigentlich alles vor, dass du so lange aufnehmen willst? Äh, einiges. Haben wir jetzt zwei Squeezer? Ja, haben wir. Gut, weil da hinten ist nämlich schon... Ich schmeiß mal. Können wir hier die Trucks einschmeißen? System zufälle wieder, ich schau mal kurz. Ja, Tatsache, weil dann schmeiß ich den wieder über den... Moment, das ist doch die Zentrifuge, ja. Dann packe ich das da drüber wieder. Ach so, wie kann ich dieses Wireless-Ding wieder aufladen, by the way? Äh, IC-Strom. Ganz normaler IC-Strom. Ganz normaler IC-Strom. Du hast Glas kaputt. Warte, ich hole welches. Tust du? Okay. Du, du holst welches. Ich hole welches aus meiner Tasche, deswegen gucke ich immer so da unten. Unusual Mystical Hybrid. Okay, und das andere? Und ich tue es wieder in meine große, große... Uh, schau dir mal die Common Drone an. Common Valiant Hybrid. Tag und Nacht aktiv. Hallöchen. Geiles Teil. Was hat das andere? Ja, dazu. Wir haben aber noch keinen Fast-Arbeiter, oder? So was Fastes. Nee, das habe ich noch nicht. Haben wir noch nicht, so rum. Wir sind schon wieder common, common, common. Ganz viele Cummins im letzten. Hier vorne haben wir Cultivated. Ach, haben wir es endlich geschafft. Cultivated wird mit Common gemischt. Für, äh, was gibt es da noch mit elegant, oder? Äh, warte. Glaube ich. Gott, wir könnten eigentlich mal einfach alle mal, äh, durchchecken lassen. Ja, dafür ist es ja da, dafür kannst du ja so viele reintun. Nicht wirklich, äh, wir haben nicht genug Honig, um alle zu checken. Dann musst du Honig machen. Kann man da noch was anderes verwenden als der Honig? Nee, oder? Ja, dachte ich mir. So, common Queen ist drin. Die Valen macht noch, die Mystical macht noch. Das habe ich auch noch... Boah. Die Water macht noch. Du hast gerade... Ach nee, du hast es schon verwendet, gell? Nee, du hast ein... Das ist die Cultivated Queen. Mit Common, genau. Jetzt mache ich hier eine Common mit Violent nochmal. Weil ich habe hier noch eine Common-Drone, die Tag und Nacht aktiv wäre. Eine Drohne? Eine Drohne, ja. Dass man das irgendwie auf eine Princess prägen könnten. Oder ich suche mal von den neuen... Moment, sind alle voll, oder? Ja, dann schmeiß es ins System. Sind alle voll. Motto halt schauen. Achso, diese apfelwerfende Birke pflanze ich, mein Gott. Die apfelwerfende Birke. Obwohl, wir könnten die mal kurz in die Baumform stecken und somit kostengünstig vermehren. Achso, schmeiße es in die andere Baumform aber dann. Äh, ja. Weil ich will hier jetzt einfach nur mal Ding, Zepplinge haben. Gummibombe-Zepplinge und dann will ich es wieder zu einer Passiv-Farm machen, sobald genug Zepplinge da sind. Moment, funktioniert das Ding jetzt eigentlich noch? Weil du hast es davor noch kurz vom Netz genommen, oder? Die funktionieren gerade im Moment noch nicht. Achso. Ja. Sag das doch. Ja, wäre nicht schlecht. Muss ich eh erst gucken, wie man die wieder anschließt. Okay. Okay, gut zu wissen. Warte mal, geht das so? Moment, Moment. Ja, aber ich probiere mal was. Na, das connectet nicht. Ach, hier ist bei The Way schon mal Sand, ja? Wo? Was? Wie? Wer? Hier bei deiner anderen Baumform. Bei welcher? Bei deiner aktiven. Bei der Holz? Bei der normalen, genau. Hier sind zwei Sandblöcke schon. Drei! Ja, ja. Das hoch, wo sind die ganzen Zepplinge hin? Die habe ich kurz rausgenommen. Achso, das... Ich wollte jetzt... Deswegen habe ich die kurz rausgenommen, damit die kurz die Birke selbst abbaut und sofort wieder, aber... Ja, okay, das braucht jetzt sowieso erstmal wieder Strom. Ähm, du kannst mal nachlesen, wie viel die maximal brauchen, das wäre sehr hilfreich. Was denn? Die Farm? Ja. Ach, scheiße. Ratzfraatz hat letztens was geschrieben gehabt. Wie viel Mega-Jule die brauchen. Äh, Minecraft-Jule. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Waren es zwei? Aber ich bin mir nicht sicher. Müsste ich jetzt nachschauen, aber ich bin jetzt gerade zu faul. Oh. So, aber... Oh, äh, ähm. Einen Moment, bitte. Oh, ähm. So. Ne, ich musste nur ganz kurz die Aufnahme kurz pausieren, weil ich als letztes Mal das Problem, als wir so ewig lang aufgenommen haben, dass, äh, ich Probleme mit der Datei hatte, weil die zu groß war. Und deswegen wollte ich jetzt mal kurz pausieren, weil wir schon über zwei Stunden aufnehmen. Nicht, dass mir das wieder passiert. Könnte ich eigentlich auch kurz machen. So. Moment mal, Marshy Drone, das kann ich eigentlich auch mit dem, jetzt habe ich kein Scoop. Ach, Moment. Nein! Ich bin zu weit weg. Kann mir jemand kurz mit per Ender Pouch, ähm, ne, in den Scoop schicken? Hast du das Scoop dabei? Halt, äh, die ist jetzt ins System. Mach das System auch. Das geht dann, das geht dann nicht mehr so einfach. Oder ich fische es schnell raus. Ja, das musst du dir jetzt ganz normal rausholen. Ne, ich habe es schon wieder rausgeholt. Wo bist du denn? Schmeiß es in die Ender Pouch. Ich schnapp es mir, sobald es da ist. Okay, drei, zwei, eins. Okay, nein! Nein, das ist zu schnell. Du musst ausmachen. Ich bin draußen, wo bist du denn? Sag doch einfach, wo du bist. Ich bin nordöstlich. Nordöstlich. Weil das, die Marshy Drone... Die Marschys kann ich ja auch ein Ding einsetzen, oder? Ach, du sagst gerade, du bist im Sumpf damit. Ja. Ach so, dann weiß ich wo. Aber ich wollte ein paar Ruppetry-Sapplinge sammeln. Ach ja, und hier... Dafür brauchst du ein Scoop? Ach so, nee, für die Marschys, oder was? Ich habe gerade nämlich den Hi-4 gesehen. Dann wollte ich das jetzt einsammeln. Bloß hatte ich kein Scoop dabei. Und das Access Terminal, das Wireless, funktioniert hier gerade nicht mehr. Ach, deins ist auch verlinkt. Das geht jetzt doch? Ja, ja. Na, du bist hier in der Nähe? Hallo. Oh, das sammelt du ein, das geht ja auch. Gut, dann sammle ich jetzt nämlich weiter. Oh, da hinten ist ein Dschungel. Warst du es da zufällig hier? Die Tropical Bees? Ja. Nee, direkt vor uns. Okay. Ach nee, gar nicht. Die andere Welt. Andere Welt. Oh, Sapplinge, Sapplinge, Sapplinge. Hier ist ein großer Dschungel. Loxus, hast du eigentlich alles vor, dass du es so lange aufnehmen willst? Äh, einiges. Das ist wieder mal sehr präzise. Hey, da sind noch Robot Trees. Ach, da bist du gerade. Ich sehe. Würde heute gerne hier mit der Biogasanlage fertig werden. Weißt du? Äh, okay. Hey, da ist noch so ein Wasserhive, den nehme ich mal auch mal kurz. Lalalala. Blub. Gut, ich hätte ja eigentlich gerne meine Passivfarm wieder. Was brauche ich denn für genügend Setslinge? Ja, ich mache erst mal dieses Redstone-System fertig und dann kümmere ich mich um meine Biogasanlage. Boah. Was sind das eigentlich? Das sind eigentlich auch Robot Trees, oder? Weil dann nehme ich die auch gleich mit. Das ist ja auch Gummi. Aber diese Setslinge brauchst du wohl nicht. Nee, das ist nicht. Und ich muss kurz. Ja. Hm, was denn? Fliegst du gerade, oder wie? Hm, ja. Gerade wieder anzulecken. Ich hatte es nicht in der Singleplayer-Welt nicht, aber. Ich wollte gerade runterzählen, dann warst du schon weg. Ja. Passiert trotzdem in der Singleplayer-Welt nicht. Nur in dieser. Ich verstehe es nicht. So, Fiete, bis mal starten. Hm, epische Musik läuft gerade. So episch ist es gerade gar nicht, was ich tue, aber okay. Wie viel braucht denn das eigentlich? Ja, das hätte ich mir vorher vielleicht reinlesen sollen. Ich habe ja schon eins gemacht, aber das braucht wahrscheinlich viel. 3000, oder? Das ist alles ein anderes Setsling. Der Eimer ist voll. Da kann ja nichts kommen. Ach so, die Zelle. Jetzt. 16. Nee, voll heißt, nur Befüllen. Wenn der Eimer voll ist, heißt das Befüllen. Ich könnte es jetzt auch umdrehen. Wenn ich es umdrehe, alles, was da reinkommt, wird jetzt ausgeleert. Und in den Tank vom... Ja, mhm, aha. Ja, mhm, aha, mhm, aha, mhm, aha, mhm, aha, tell me more, I'm full interested now. Was? Oh mein Gott, wir haben jetzt gerade zehn Molten Redstone verloren. Hörst du auf? Ich gucke aber gerade so aus dem Bildschirm, was das mit dem Redstone so auf sich hat. Der Redstone-Seller. Oh, verdammt, ich brauche das zum... Ach, scheiße, Terminal funkt nicht. Ich glaube, ich gehe mal in der Welt wieder zurück. Ach, da ist der Schleim. Komm, ich... Der Schleim. Moment, wie, was gleich? Plus in die Option halt. Plus, Waypoints. Genau. Und dann kriegst du halt die Waypoint. Nee, oder? You don't... Klicke mal drauf. You don't have permission to use this comment. Ah, okay. Du brauchst ob auf dem Server dann dafür. Auf dem Server braucht man ob, aber man ist immer, single-play konnte ich den benutzen. Also, ohne, aber ohne creative kannst du es benutzen. Ohne creative, richtig. Okay. Einfach kann es auf dem Single-Play. Nein, versuch was wäre. Haben wir uns die Opt, oder wie, für das Spiel? Ähm, ja, ja. Wusste ich gar nicht mehr. Damit wir nicht bescheißen können. Zum Beispiel Lox, der sich ein Minimstorm geben wollte. Einfach so, weil ich den Inventar hatte. Ja. Ja. Aber Spawn Protection ist ausgeschaltet. Ja, das ist ja auch sinnvoll. So, bin ich jetzt hier wieder? Nee, immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, ich bin gleich wieder da. Nein! Das kann nicht sein, das ist ein Fehler der Macht. Warte mal, es ist Nacht, oder? Ja. Und ich bin jetzt mitten im Sumpf. Na, schönen Schrank auch. Schönen Schrank auch. Stimmt, du bist dort in der Nähe, wo die Skelette es linkt, die mich angeschossen haben. Ähm, Leute, was kostet noch ein Uncrafting Table? Nein, ich, ich... Keine Ahnung. Hm? Wie, du, du? Habe gerade in den falschen Knopf gedrückt. Wow, Gripper! Und war gerade in der Sing-In-Player-Welt. Ich bin so kaka. Ah, jetzt, ah! Hey, das ist EP. Cool, meins. Bruder ist EP. So, ich geh jetzt mal der Reihe. Ich glaube, du warst hier mal. Aber ich bin mir nicht sicher. Wow, ich bin mir nicht sicher. Ich seh' ein Dschungel-Hive. Oh, dann nimm mit. Mein Scoop ist gleich put. Ich nehm' meinen Äpfel. Ja, wir haben ein paar Äpfel. 812. Man kann ja nie wissen. Kann man Äpfel eigentlich für das Seed-Oil verwenden, weil... Nicht, weil Kirschen und so weiter, das geht ja. Weil so ein Äpfel, das braucht sich aber auch eine Frucht. Äh, Rubber-Tree-Säpplinge schmeiß ich mal ins System. So. Habt ihr gerade irgendwelche Maschinen am Laufen? Nee, ne? Ich bin gar nicht da. Na, ich mein', ob hier was drin ist, weil das all so lange braucht. Oh, hier im Dschungel leuchtet es ja überall. So, jetzt wird es hier mal aufgefrischt. Ach, läuft es jetzt. Kato, bist du in der Nähe von zu Hause? Jawohl. Ich bin daheim gerade, ja. Da hängt doch noch ein Scoop an der Wand. Kannst du mal dieses System, äh, die Ender-Chest kurz ausschalten und mir das Scoop da reinwerfen? Dann bringe ich ein paar Bündchen mit. Äh, warte, Scoop. Faue mir ein Scoop. Dann mache ich System aus. Dann gebe ich dich Scoop. Warte, warte. Ich lande auf Baum. Ne? Baum. Jetzt ab. Baum. Dankeschön. Dann mache ich es dir wieder an. Oder brauchst du noch irgendwas? Ne, ne, da hinten sind noch Tropical Beasts und die wollte ich noch unbedingt haben. Oh, zur Not. Was ist denn? Entschuldigung. Das ist nur zur Not. Die auch. Und der Angry... Oh nein, der Angry Zombies. Was, sagtest du nicht... Ach, ne. Brauchen wir auch noch diese Mystical? Ne, oder? Das hat das schon meist Zapplinge ins System. Ah, da, ich sie es. Rubber. Ja, aber Zapplinge habe ich... ...eingeschmissen. Dann füge ich die nämlich hier dazu. Äh... Ja. So, dann fülle ich hier das Ganze neu. Oh, meins auch fast. Oh Gott. Ich sollte auch mal auffüllen gehen. Ah, jetzt kommt Minecraft. Okay. Die habe ich nämlich auch reingeschmissen in meine Playlist. Ja, stimmt. Aber das ist schon ein bisschen länger her. Das ist auch schon... Ja, das ist auch schon ein Weilchen her. Oh, ne. Nox, wo bist du grad? Äh... Unten drunter. Was heißt unten drunter? Ach da. Okay, gut. Unter den Maschinen. Ja, ja, ne. Ich wollte bloß wissen, ob du vielleicht hier im Haus bist. Nicht, dass wir da meine Schuhe stielst. Warte, warte. Nein, hörst du auf jetzt. Ich gucke mal kurz meinen Lava-Eimer. Habe ich jetzt viel... Du weißt, dass ich das aufgenommen habe. Was denn? Wie ich dich mit dem Lava-Eimer gejagt habe. Nein, oder? Hat er auch. Moment, stimmt. Hast du? Doch, du hast es auch aufgenommen. Ja. Okay. Outtakes. Das müssen wir fast dann hier einbauen. Noch mehr Outtakes. Eigentlich, sobald wir irgendein Spiel starten, müssen wir doch einfach mal random aufnehmen. Das stimmt. Weil das meiste, was wir nämlich... Dann scheiße verpräzieren. Cardone-System wieder aus. Warte. Dann kannst du mal deine Dschungelbienchen an dich nehmen. Uh, Dschungelbienchen. Warte. Ja, bis aus. Und die anderen? Was gibst du mir alles? Bist du fertig? Warum mache ich das denn wieder an? Richtig. Ich habe hier nämlich Silvertree gefunden. Warum steht hier mitten im Raum eine Fackel? Gott. Ich lasse es mal. Keine Ahnung. Ach, du hast eine Water Princess auch noch dabei. Ja, im Dschungel habe ich da eine. Das ist ja eine native Water Princess. Das ist ja mal voll cool. Eine native? Ja, halt. Was sage ich denn eigentlich heute? Weißt schon, die normale halt... Ja. Oh, wir haben Kakaobohnen. Noch rein und ungemixt. Richtig. Wir haben Kakaobohnen. Kein Cocktail. Oh. Kakaobohnen. Ja, wir haben Dschungel. Äh. Soll ich eigentlich mit den Honeydrops wieder den Nitz machen? Honey machen. Deswegen haben wir ja zwei Squeezer. Ach so. Die Honeydrops selbst brauchen wir so jetzt nicht mehr. Okay. Später vielleicht mal, aber jetzt im Moment. Oh, wie schnell das geht. Huhuhu. Das hat ja vorhin ewig gedauert. Was? Äh, den Honeydrops zu verarbeiten. Im System müsstest du jetzt einige Seeds wiederfinden. Ich habe da mal ein paar reingeschmissen. Ich sag doch. Die Conductive Pipes, die sind für den Anfang... Ja, aber die sind halt schweineteuer. Die normalen Seeds? Entschuldigung. Ja. Kann ich alle nehmen? Äh, du kannst Pumpkin, Melon... Okay, Melon haben wir noch nicht. Und... Das wäre eigentlich ganz cool, weil Melon lässt sich am schnellsten wiederherstellen. Ähm... Richtig. Nee, im Moment haben wir nur die normalen. Und Pumpkin. Aber ich kann alle verwenden jetzt, die normalen. Alle. Ja. Wenn du möchtest, dass deine Baumform wieder laufen, dann finden wir mal raus, wie viele Minecraft-Jule die maximal brauchen. Ich habe einen Zombie-Kopf. Und die laufen doch gerade alle. Und wieder ein. Nein, tun sie nicht. Können sie gar nicht. Warum haben sie schon wieder keinen Strom? Nein, immer noch keinen Strom. Jetzt haben beide wieder Strom. Ach so. Ach stimmt, ich habe meine Flöcke die Äpfel wirft reingeworfen. Kurzer Test, ob sie läuft. Die soll sich mal pflanzen. War hier nicht noch irgendein Spielhals? Wie viel Strom hast du denn jetzt gegeben? Äh, 20. Jetzt hat sich was getan. Also es läuft auf jeden Fall, die eine. Die andere macht auch gerade was. Das Problem ist, dass unsere Engines halt sowas von gar nichts, ähm... Na, dass die Engines sowas von gar nichts produzieren. Das ist nur Notstrom im Grunde, was da jetzt kommt. Oder Werkstattstrom. Billiger Werkstattstrom. Aber wenn wir halt sowas wie die Baumform laufen lassen wollen, dann will ich eben mich jetzt um das Biogas kümmern. Nein, mein Jetpack ist leer. Warte, ich gehe kurz runter, dann kannst du mir ein paar eben eh schicken. Äh, paar Ender-Pouch. Ich fliehe erstmal vor dem Creeper. Zack. So, hierher. Ab auf den Baum. Ach, verdammt, ich wollte ich nicht. So, ich muss das natürlich erstmal ausziehen, ja. So, hier. Ist ja wirklich komplett leer. Ja, ich bin gerade vom Himmel damit gestürzt, also muss es wohl leer sein. Warte, mach mal was anders. Du kriegst meine und dann nehme ich einfach deine, sobald sie voll ist. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Kannst du nämlich gleich weitermachen. Kakaobohnen, Pilze brauche ich gerade nicht. Das muss ich noch irgendwie... Also, wenn ich meine Schuhe habe, ne, dann bin ich sowieso weg. Die, die Traveller-Boots, oder? Ja, dann bin ich so... Ey, ey, ich bin so gewöhnt, hier einfach rumzulaufen, ohne zu springen, dass ich es schon fast immer vergesse. Dann bleibst du überlegen, dong, dong, dong. Die sind einfach zu geil. Will haben. Muss forschen. Stimmt eigentlich, warum renne ich hier rum? Ich wollte forschen. Ach, du bist mir gefolgt. Genau, und dann auf der Suche nach Bienchen. Und es gibt die immer noch. Na, jetzt geht er. Der Baum ist kaputt. Also, ganz ehrlich, deine Baumfarmen, die brauchen noch nicht mal fünf, Minecraft-Joule. Die braucht nicht viel. Das habe ich doch gesagt.